Ja Freunde und Anbieter, willkommen zu einer neuen Folge von Scooom. Hier geht's direkt weiter, Leute, ihr seht's mal bei der Isiri. Wir sind hier beim großen U-Boot-Bahnhof im Sektor A4. Da sieht man's nochmal. Und richtig und wichtig wäre es doch dennoch, diesbezüglich bezüglich dies zu argumentieren. Ich muss heute das gleich... Also ich war mal wieder fleißig, Leute, und ich weiß nicht, hier auf YouTube die Leute... Die sind ja auch nicht alle bei mir im Stream, und deswegen muss ich's ja wieder wiederholen. Also wenn ihr bei mir immer im Stream abends werdet, dann bräuchte ich auch nicht immer hier diese Symptome zu wiederholen, weil dann wüsstet ihr es schon. Ich habe ja schon hier so ein geiles Päckchen zusammengeschnallt für alle. Leute, die Bock auf Ballern haben und PvP und sowas. Also wie gesagt, ich kümmere mich um alle, ob das PvPler sind, Anfänger und so weiter. Nur ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Es ist so, zap, 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 zippeldi, zap. Zap, 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 zippeldi, zap. Versteht ihr, wie ich meine? So, jetzt habe ich mich hingesetzt und ein bisschen was überlegt wegen meinen, äh, wegen den lieben PvPlern. Also erstmal, das Ding kennt ihr, glaube ich, schon, ne? Ganz kurz nur, Leute, ganz kurz aufpassen. Das war das falsche Fenster, ey. Hier ist er. Der andere Zugang, den kennt ihr, Applatin-Status, Leute. Da könnt ihr dann sehen, wer, wem, womit, auf wie viel Distanz und in welchem Sektor abballert, ne? Also richtig geil für PvPler. Das war's schon. Geht ganz schnell heute. Und dann habe ich noch was Neues gemacht. Das muss ich euch auch zeigen. Weil ich habe ja keine Kosten und, äh, Investitionen gescheut, Leute. Mein Konto ist schon wieder weit im Minus gegangen. Aber für euch, liebe Leute und unsere Community ist mir ja fast nicht zu teuer, ne? Oh Gott. Mir wird ja schon schlecht, wie ich das wieder reinbetteln soll. Ich muss richtig viel battlen jetzt die nächste Zeit. Nein, also guck mal hier, ich habe jetzt, ähm, babab. Die Erfindung der illegalen Shops ist ja schon eine geile Sache, ne? Jeder Level bei mir in Discord hat einen illegalen Shop, ja? Also das ist richtig geil, Alter. Da kannst du dann Items bekommen und zwar nicht irgendwie mit Echtgeld oder sowas, sondern mit Schwarzgeld. Das kriegst du automatisch, wenn du dich bei uns hier im, äh, in Discord registrierst. Ne? Dann sammelst du automatisch Schwarzgeld und davon kannst du dann diese geilen Dinger hier holen. Also richtig genial, Leute. Auf Level 3 Ebene habe ich jetzt einen PvP-Pack erfunden. Äh, ohne Wartezeit direkt ins PvP, Leute. So seht ihr dann quasi aus, ne? MK-18 mit vier vollgeladenen Magazinen. Ihr braucht doch nicht mehr mehr die Mumpeln reinmachen, Leute. So einen Luxus und Service bieten wir hier bei der LP-Schmiede auf unserem Premium-Leistungsstarken-Server, den wir auch haben. Ähm, wo es keine Lecks und Rubber-Bending und so einen Scheiß gibt. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall ist das wesentlich stabiler und flüssiger, wie ich das jetzt alles so hingekriegt habe. Ich muss mich ja wieder selber loben. Es macht ja sonst keiner. So, Lea hat mich hier rausgeworfen. Und zwar sind wir hier, ähm, beim großen U-Boot-Bahnhof. Ich habe hier auch noch diese olle Brille auf. Ihr seht ja oben links, ne? Für die Anfänger jetzt nochmal kurz. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz diese Items jetzt hier. Also, wir gucken uns das, äh, Rucksackchen an. Ja, ich benutze im Übrigen auch Seifensäckchen. Ich weiß nicht, kennt ihr Seifensäckchen? Also, ich kannte das ja nie, aber ich bestelle mir jetzt ab und zu so eine Vierer-Packung Seifensäckchen irgendwie. Und das ist einfach so, ne? Also, ich benutze kein Duschgel mehr oder sowas, sondern ich benutze Seifen. Diese Seifendinger packst du in diese Seifensäckchen und dann kannst du dich so richtig geil mit Peeling und sowas eincremen. Das schäumt auch gut, das funktioniert richtig wunderbar. Müsst ihr mal probieren, nur mal so, um mal was Neues vielleicht bei euch in euer Leben zu integrieren, was ihr vielleicht auch noch nicht kanntet, so wie ich jetzt halt. Einfach mal ein bisschen was umändern an den Standardsachen, die man sonst so benutzt, ne? So. Hi, der Witzgast ist heiß. Erster Kaffee um 11 Uhr morgens. Mensch, da bin ich heute früh aus der Kiste gefallen, nicht wahr, nicht? Was haben wir denn heute für einen Tag? Wir haben Dienstag, der 24. Januar. Das bedeutet Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Noch drei Tage arbeitslos und dann endlich wieder Wochenende, Freunde. Ich freue mich schon drauf. Das habe ich uns auch verdient, oder? Das habe ich uns auch verdient. So. Ja, dusselig wie ich war, habe ich jetzt aus Versehen einen falschen Rucksack eingepackt, ne? Mein Schwarzer liegt bei mir, glaube ich, irgendwo im Auto oder sowas und der hat irgendein... Ich weiß nicht. Also ihr kennt ja das, ihr wurstelt im Auto rum, auf einmal zieht er die Sachen dann an, ne? Und legt euer Paket, also was ihr anhattet, legt er irgendwo hin. Entweder auf den Boden, wenn du Pech hattest, oder er legt es halt in ein Auto oder in eine Kiste rein. Das gleiche ist mir jetzt hier passiert. Das ist alle Sachen weg, Alter. Sie liegen jetzt irgendwo im Auto oder so, hoffe ich zumindest. Und ich laufe hier mit einem leeren Rucksack durch die Gegend, ne? Meine Güte. Leer hatte mich gestern hier rausgeworfen. Das war ja schon wieder... Ich streame ja immer bis Mitternacht so. Und dann sage ich ja auch, jetzt reicht es länger, musst du die Leute im Internet nicht belästigen, ne? Und dann gehe ich halt pennen. Ich brauche ja auch eine Schönheit-Schlaf, liebe Leute, ihr seht selbst. Und deswegen hänge ich jetzt hier alleine ohne Auto und alles. Aber das ist nicht schlimm, denn wir können ja für die Anfänger nochmal eben kurz den pädagogisch sinnvollen Inhalt kundtun, den ich euch hier am frühen Morgen synapsentechnisch überbringen wollte. Wir gucken uns jetzt also zum Beispiel das Rucksäckchen an. Oben links seht ihr, wenn wir da nicht raufgehen, dieses rote Ding, das ist ein Thermometer, ne? Und wenn ihr da raufgeht mit der Maus, dann seht ihr, da steht ein Wert 2. Also so 2 Grad oder wie auch immer kann man das ja nennen. Man könnte diese Symptome wahrscheinlich auch erkennen, wenn man das hier so ein bisschen irgendwie analysiert. Lass mal sehen. Ne, da steht nichts von Wärme, oder? Ja, wenn ich hier Steuerung gedrückt halte, dann kriegt man immer diese Sonderfunktion. Also die Sonderinfo, was das da ist und ein paar Details halt, ne? Also da oben ist 2, das Ding heizt mich auf 2 auf. Und wenn ihr dann eure Dinger hier so runter geht, 0, dann könnt ihr sehen, welche Kleidungsstücke bringen mich eigentlich richtig doll zum Schwitzen. Weil ihr kennt das, irgendwie nach der Zeit laufen die Tropfen die ganze Zeit vom Bildschirm und so, ne? Ja, dann müsst ihr mal eure Kleidung überprüfen, ob das überhaupt biomtechnisch angebracht ist, ne? Also wenn ich jetzt von Biom rede, dann muss ich die Karte aufmachen. Bei uns, bei Skummi ist es auch so, dass wir hier unten im Süden, es ist sehr heiß, und oben die ganze Zeit frostelt du dir da sonst einen ab, weißt du. Und deswegen musst du dich klamattentechnisch drauf vorbereiten, auf welches Biom, ja, quasi du dich einstellst, ne? Wir sind jetzt relativ weit im Süden, das heißt, der heizt sich schnell auf. Deswegen ist es sinnvoll, dass ich zum Beispiel das Ding jetzt absetze, weil der macht plus ein Grad Hitze oder wie auch immer, ne? Deswegen mach ich das so, ich brauch's ja nicht, also zieh's sofort aus, weil das ist Schwachsinn. Der heizt mich ja nur auf, ja? Und da müsst ihr dann auch mal gucken, was hier so alles hier da, der Bademantel, Digga, hier weg damit. Ist ja total unnötig. Die Jacke hier, die lässt mich ausschwitzen, lass mal sehen, hier das Ding hier. Ne 4 sogar, Alter, das ist der Turbo-Killer im Süden, ne? Das Ding darfst du gar nicht anhaben. Weg damit. So, jetzt hab ich hier offene Ärmel und sowas, ne? Ihr könnt euch, wenn ihr eine Grundstellung geht, mit V ist das, könnt ihr euch dann mit der Maus und Alt, also ihr müsst Alt gedrückt lassen und dann könnt ihr euch so ein bisschen von vorne angucken und sowas, ja? Also das ist das Schnelle. Mal eben angucken, wie seh ich so aus und so, ne? Du siehst, die Kamera ist festgebunden, du dreht sich um einen gewissen Schwerpunkt oder sowas, ne? Wenn ich Alt loslasse, dann dreht er sich halt so, so kennen wir es ja, so spielen wir die ganze Zeit, ne? Also Alt ist immer kameratechnisch, was zu machen, ne? Ähm, da gibt's auch noch die zweite Funktion, wenn ihr ganz normal steht und dann auf P drückt. P in Englisch, Foto. Und dann könnt ihr die rechte Maustaste gedrückt halten und dann könnt ihr so umhergucken, ja? Und dann mit A oder D könnt ihr rechts links, mit W nach vorne, mit S nach hinten. Ja, und, ähm, Steuerung, ne, C vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich mach das immer so, ich flieg den so nach oben oder wenn ich nach unten guck, flieg ich nach unten, ne? Also, dass ihr dann da so steuern könnt, wisst ihr? Und dann macht ihr ein schönes Foto oder mit dem Ding kannst du dich halt mal genau angucken. Du kannst gucken, ob die Ohrenstärpsel richtig sitzen. Deswegen, ich empfehle den Fotomodus. Äh, wenn euch diese Dinger hier unten, diese Dinger hier nerven, dann müsst ihr auf Minus einmal drücken. Bapps, dann verschwindet das ganze Teil. Wenn ihr jetzt auf Leertaste drückt, dann macht ihr ein Foto und das speichert sich irgendwo wahrscheinlich bei Scoom oder in der Steam-Bibliothek oder wie auch immer. Ja, mit Escape kommen wir da wieder raus. Und, ja, da haben wir schon ne Menge gelernt, ne? Aber es geht noch weiter, Leute, für die Anfänger mal eben kurz. Wir müssen ja auch hier rauf gehen, guckt mal da. Denn hier sind ja noch mehr Sachen, ja? Also, liebe Freunde, unten links ist der Wassertropfen. Das heißt, wie feucht, wie nass ist deine Klamotte? Den haben wir überall, hier siehst du das, 0, 0. Also, das ist richtig schön entspannt. Und, ähm, genauso wie das Thermometer rot wird, wird das Ding, der Wassertropfen dann irgendwie so ein bisschen blauer, ne? Wenn ihr jetzt in eine Pfütze reinlauft oder ins Meer oder sowas, dann saugt sich eure Klamotte voll. Und dadurch ergibt sich dann das Gewicht, äh, von der ganzen Ausrüstung. Man sieht's hier. Ähm, da steht ja auch da unten bei Wanderschuhe jetzt Nässe in der Mitte, ne? In der Mitte steht immer dieser Nässe-Wert. Also, trocken hab ich Gewicht 3,2. Hier in der Mitte steht's. Und wenn sich das Ding jetzt ansammelt mit Feuchtigkeit, dann kommt hier oben, äh, die, die, also die entsprechende Gewichtszahl zu. Ja, hier oben rechts, da steht ja auch 0 Kilo. Das ist dann immer die Nässe, wie viel Feuchtigkeit du hast, äh, deine Klamotte da so aufgesogen hast, quasi, ne? Aber wie gesagt, das steht auch da jetzt, wenn ihr einfach rübergeht, da sieht man's ja. Da stehen ja die Werte auch. Verschmutzung 100%, das ist ja klasse. Ja, so ein Bandit, der treibt sich halt sonst wo rum. Was soll ich dazu sagen? Wir müssen uns wohl wieder waschen. Aber keine Zeit zu. Der Zeit ist Geld, liebe Freunde, und Geld haben wir nicht. So. Ich glaub, das war jetzt so alles so mit Item-technisch. Und, so, ja, dann haben wir hier noch diesen Leistungsindex hier, 72%. Also, du kriegst da irgendwie, deine Leistung steigert sich, wenn du ein bisschen mehr Gewicht und sowas rauslagerst und diese Balance irgendwie dann hinkriegst, ne? Also, meine 100%ige Leistung kann ich im Moment so, wie ich jetzt hier bin, nicht leisten, sondern nur eine 72%, äh, 72% Leistung. So, diesen Wert kannst du pushen, wenn du jetzt hier dir so ein, so ein Dings hier reinzwibbelst. Ich trink mal einmal hier. Einmal trinken, alles trinken, einmal trinken, weil ich bin gerade satt. Ich hab irgendwie wohl gerade getrunken, deswegen. Im Übrigen müsst ihr ja auch im Süden immer ganz viel trinken, das merkt ihr dann ja auch. Also, da musst du mehr trinken jetzt. So, Wasser haben wir 100% oder trinken. Das können wir hier unter Stoppwechsel sehen. Guck mal hier, ich bin voll, voll gefressen hier. Den hab ich gerade getrunken, der baut sich langsam ab. Der Magen, dann kommt der im Darm, dann in den Dickdarm und zum Schluss in der Blase und muss scheißen und alles mögliche. Ihr kennt das alles. Und hier 72%, also da ist dann die Wirkung von Kaffee oder diesen Energydrinks, das ist ja auch relativ neu. Das geht dann hier auf diese Leistungsbewertung. Ey, wie das hat denn darauf Einfluss, ne? Also, ich hab schon drei Kaffee getrunken. Und, äh, also guck mal hier, ich bin schon voller Energie. Das heißt, ähm, der ist wahrscheinlich schon hochgestiegen. Kann man das hier nochmal eben kurz sehen? Ja, also, ihr seht das selber. Also, der wächst wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber bei euch wird er wahrscheinlich wachsen, wenn ihr jetzt Kaffee oder Energydrinks getrunken habt, weil da unten steht schon plus 25% Energie. Also, du musst 25% hiervon nochmal abziehen und das wäre meine normale Leistung. Und der bringt jetzt nur 72%, weil ich halt mir Kaffee und Energydrinks reingezwiebelt habe, weißt du? Das wollte ich nochmal eben kurz erklären. Hm. Ähm, und jetzt gucken wir mal, was hier abgeht, ne? Wollen wir mal gucken, oder wat, Junge? Wenn ihr auch vernünftig in Häusern schießen wollt, dann müsst ihr diese Ohrenpröpfel aufhaben. Wenn ich die jetzt mal abnehme, dann hört sich das, glaub ich, anders an. Probieren wir mal aus. Hört ihr das Piepen? Ich mach's wieder ein bisschen leiser, aber mir tut das schon wirklich selber in den Ohren weh. Also, deswegen ist das Ding unabdingbar. Hm, wenn ihr drinne seid, dann, dass ihr dann eben dran denkt, dass ihr da Ohrenschutz habt. Na, das kann nämlich auch in echt nerven, dieses Piepen da. Also, das ist teilweise extrem. Früher war das noch schlimmer, aber das haben sie schon ein bisschen runter. Äh, gedrosselt. So, wollen wir mal ein bisschen looten, oder wat? Durch unser System haben wir das ja jetzt wirklich geschafft. Für jeden Level. Da friert er jetzt langsam. Guck mal. Seht ihr diese Eisdinger da? Jetzt bin ich nämlich zu kalt. Jetzt hab ich mich zu doll ausgezogen. Warum ist das so? Da gucken wir mal vor Uhr. Es ist 5 Uhr morgens. Früh morgens und nachts ist immer sehr kalt, ne? Deswegen ist das jetzt so. Auch wenn ich jetzt hier im... Ja, im Süden relativ bin. Man sieht's ja, ne? Wir sind ja die letzte Sektorreihe vor dem endgültigen Sommersüden. Hier unten ist ja wirklich immer heiß. Da schwitzt du dich immer wie sonst was, ne? Und hier oben frierst du halt. Also, extreme Wetterbedingungen. Die Mitte ist halt immer... Beim Äquator ist es immer am angenehmsten. Deswegen wohnen wir auch hier, da wo das H ist. Wohnen wir auch fast auf dem Äquator, ne? Ich hab schon oft gesagt, wir haben drei Schwierigkeitsgrade hier. Das hier ohne Farbe. Das ist Einstieg für die Anfänger von euch. Vielleicht PvEler, ne? Da kann euch nix passieren. Wenn ihr dann ein bisschen gelernt habt das Spiel, dann könnt ihr mal in eine Gelbenzone reingehen. Das ist Nahkampfzone. Da kannst du Nutzer-Ferzwerden durch andere Spieler durch Nahkampf, ne? Also Schwerterkloppen und sowas. Und die rote Zone ist eigentlich klar, dass die Killzone das alles erlaubt. Von Minensprengungen über Schusswaffen und Granatwerfen. Hast du nicht gesehen, was da alles gibt? Fallen und so weiter und so fort. Ich möchte aber auch noch mal drauf hinweisen, ich hab's ja mittlerweile geschafft, dass wir so ein vollkommen quasi autarkes, selbstständiges System haben, was funktioniert, ohne dass ich hier irgendwie ein Admin-Team hab. Früher hatte ich ja irgendwie fünf, sechs Admins oder sowas. Das ist heute gar nicht mehr nötig. Weil ich bin jemand, der das immer alles so einstellt und programmiert, dass das alles unabhängig von Personal funktioniert. Und das ist auch ganz gut so. Weil wollt ihr ständig auf mich oder auf einen Admin warten müssen? Kennt ihr das noch mit dem Ticketsystem? Und dann musst du ewig warten, bis der Admin mal Zeit hat. Die haben ja auch alle ihr Privatleben. Weißt du, wie ich mein? Deswegen hab ich das jetzt so umgemünzt. Ich hab dafür auch, wie gesagt, investiert. Also ich bezahl dafür für diese ganzen Sachen auch immer monatlich, dass das alles funktioniert, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Also es ist kein Witz. Ich investiere hier wirklich viel, damit der Kasten läuft. Ne? Ich mach das auch gerne. Wenn es euch denn Spaß bringt. Ist ja logisch, ne? Wenn da keiner Bock drauf hat oder alles scheiße ist oder wie auch immer, ne? Dann macht mir das auch keinen Spaß. Aber wenn ich sehe, dass die Community mich hier supportet und unterstützt, dann seht ihr, bam. Dann fang ich sofort das Rattern an hier, Leute. Ihr seht das selber. Ihr habt eine komplett neue Homepage. Ich bin im Moment noch immer an der Homepage am Basteln, ne? Der Server hier, der Scoom-Server, der ist komplett neu aufgezogen. Und dann der Discord, den hab ich auch komplett neu gemacht. Und in jedem Bereich hab ich, äh, also auch sehr viel Geld investiert. Und ich wollte nur noch mal sagen, vielen lieben Dank an die, die mich unterstützen. Denn ihr macht es möglich, ne? Dass ich hier unabhängig bin. Und je nachdem, wie viel Budget mir zur Verfügung steht, durch eure Zuwendung, Subs oder Bits und wie das alles heißt, Mitgliedschaften sowieso, äh, je mehr kann ich auch machen. Und ich glaube, ich, 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 das seht ihr auch. Ihr seht, müsstet das alle sehen, was ich hier mach, wenn ihr mich mit anderen Servern vergleicht, ne? Ja, also das ist schon sehr viel Kohle und sowas, was ich hier investiere. So, wir testen das alles aus. Ist alles immer, äh, experimentell und, äh, Premium, Beta-Status-Exklusive. Aber ist egal. Es geht auch darum, einfach mal zu lernen und alles auszuprobieren. Auf unserem Server ist ja gar kein Problem. Bis jetzt kommt das alles sehr gut an. Bloß die meisten wissen das noch gar nicht. Die denken immer noch, wir haben noch diesen alten Server und so. Das ist aber alles neu hier. Das ist alles neu. Ich hab in jedem Bereich, hab ich rumgefuscht und alles umgeändert. So bin ich jetzt auch in der Lage, dass wir die Minen und Fallen wieder eingestellt haben. Das war ja auch vorübergehend temporär offline genommen, wegen den ganzen Bugs und den ganzen Scheiß und so. Äh, unser System ist jetzt so angelegt, dass wir die Minen innerhalb des Flaggenradius setzen können. Ja, Fallen und Minen ist generell bei uns nur erlaubt zur Base-Verteidigung. Also, ihr dürft die Fallen und Minen nicht außerhalb eurer Flagge setzen. Erstens fliegt ihr dann selber in die Luft, ne? Und zweitens werdet ihr bei mir auf dem Server dadurch noch bestraft. Das wird registriert. Und das ist so, dass wenn du eine Mine hinlegst, ich könnte das ja mal demonstrieren. Was soll ich da denn labern, wenn ich das einfach demonstrieren könnte, ne? Ähm, ich muss mir dazu aber mal eben eine Mine spawnen, Leute. Spawn, wie heißt eine Mine in Englisch? Mine. Okay, also es ist ja verboten, eine Mine zu legen. Jetzt probiere ich das mal aus. Warte mal. Es ist ja so, dass man das automatisch, ähm, so, hier legen wir sie mal hin. Ich müsste die jetzt, ähm, also nur im Flaggenradius, ne? Und das System erkennt jetzt, gerade in diesem Moment, dass ich hier eine Mine lege, ne? So, ich will die Leute ärgern. Ich hätte sie auch da vor die Tür machen können. Weil meistens ist das ja so, dass du irgendwie, äh, diese Minen immer vor den Türen oder vor den Bunkern und sowas setzt. Und das ist halt manchmal ganz schön Nervtönen. Dann gehst du da durch die Tür und dann explodierst du. Und das Ding ist halt, ähm, dass einfach, ähm, du als Angreifer, also ich hab jetzt da nix von, dass da jetzt einer reinläuft, versteht ihr? Also das macht überhaupt keinen Sinn, das Ding zu legen. Das macht wirklich nur Sinn, als Base-Verteidigung zu machen. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist eben das, was ich so meine. Und wenn ich jetzt hier rüber latsch... Wir sind jetzt hier in der PvE-Zone, also leicht. Deswegen bin ich jetzt nicht gestorben. Aber die Minen, wie gesagt, die sind ja auch nur für die rote Zone gedacht, diese Abwehrdinger. Und eben entsprechend, ja, dass du da dann vernünftige Symptome einleiten kannst, deine Festung zu verteidigen. Dafür ist es halt gedacht. Alles andere macht keinen Sinn. Du kriegst keine Punkte, du kriegst gar nix. So, jetzt reagiert das System jetzt. Habt ihr das gesehen? Also, wenn ihr jetzt schaut, was da gerade passiert ist, das ist halt das System, wo ihr dann... Also, wie gesagt, ich kann es euch ja nochmal zeigen. Es macht keinen Sinn, eine Mine irgendwo hinzulegen und dann wegzulaufen oder wie auch immer, ja. Versteht ihr, wie ich meine? Also, das ist das System jetzt. So, guck mal, jetzt will ich hier jemanden ärgern. Ich leg die Mine jetzt hier hin. Ich mach's die scharf. Und ab dem scharf machen, ähm, wirst du bei uns registriert auf dem Server, dass du so einen Quatsch machst. Weil, wird das automatische System bei mir, das kann das alles erkennen, was du machst. Und deswegen sag ich halt, du brauchst keine Admins mehr. So, ich bin hier jetzt so eine Schweinebacke, ich will die Leute einfach nur killen, ohne dass ich da was hab. Du kriegst keine Punkte, gar nix, wegen den Kill. Du ärgerst nur Leute. Deswegen wird das bei uns bestraft. So, ihr lauft also weg. Und dann verkrümmelt ihr euch, bam, und dann, was ist denn jetzt? Ich werde weg, teleportiert. Und jetzt landest du genau quasi auf diese Mine hier. Und explodierst im besten Fall. Verstehst du, wie ich meine? Da war jetzt irgendwie ein Hügel oder so, dass er über die Mine geflogen ist, ne? Aber ich will damit nur sagen, egal wo ihr die Mine hinsetzt, ihr werdet auf eure eigene Mine teleportiert und sterbt dann dadurch. Versteht ihr? Also lasst es sein. Nur im Flaggenradius passiert euch das nicht. Das System erkennt das, ob du im Flaggenradius eine Mine setzt oder eben nicht. Und wie gesagt, außerdem würdest du sowieso sterben auf deine eigene Mine, wenn du die Straße vollpflasterst. Und dann vergisst du die irgendwann und fährst selber da lang. Dann jagt die Mine auch dich hoch, ne? Also soviel nochmal im Kurs zu diesem Minenverständnis. Egal wo ihr hinlauft oder sowas, ihr werdet immer auf eure eigene Mine rauf teleportiert, sodass die dann explodiert. Okay? So, und ansonsten, wenn das jetzt nicht registriert, also wenn ich jetzt so durch den Bug über der Mine geschwebt wäre oder sowas und die killt mich halt nicht, ne? Dann bist du trotzdem bei uns in der Liste registriert. Weißt du, wie ich meine? Es steht genau, wo wer eine Mine und sowas gelegt hat. Also jetzt für die Leute, die da irgendwie denken, die können da was tricksen oder so. Also es macht das nicht, es lohnt sich nicht. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Du kriegst ja nicht mal Punkte, gar nichts dadurch. Im Übrigen, wenn das passiert, wird dir jedes Mal Schwarzgeld abgezogen. Das habe ich jetzt noch fast vergessen zu sagen. Also ich habe jetzt irgendwie 100 Coins Schwarzgeld, glaube ich, verloren. Denn wenn du eine Mine illegal setzt, wird dir auch gleichzeitig im Hintergrund von deiner Bank vom Schwarzgeld, äh, Geld abgezogen. Und ich finde das nochmal eben kurz wichtig, dass ihr da Bescheid wisst, ne? So, also dieser U-Bootz Bahnhof ist schon genial. Sind überhaupt Spiele online? Moin. Nein, was, wir wollen mal kurz gucken. Mensch, Mensch, Mensch. Man sammelt sich hier auch immerhin zurecht. Aber das ist ein Spiel. Ich sage es euch. Das ist richtig geil. Weil das ist so komplex teilweise. Guck mal, Mompitz ist online. Das ist so komplexes Spiel. Manche meckern mich ja aus. Du spielst seit 2018. Und hast keine Ahnung. Ne, ich habe auch nie gesagt, dass ich alles weiß. Geht gar nicht. Das wirst du auch selber irgendwie mal gewahr. Wenn du Skum spielst, dass du gar nicht alles weißt. Das kannst du auch geil. Das Ding ist so komplex, Alter. Das glaubst du mir. Du lernst immer wieder irgendwelche geilen neuen Sachen hierzu, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe sogar noch einen Trick, kann ich euch zeigen. Obwohl der eigentlich Blödsinn ist. Ich muss noch mal eben kurz was spawnen. Spawn. Vehikel. Leica. So, ich mache mir mal eben kurz ein Auto. Ich will euch noch mal eben kurz was zeigen. Das ist jetzt von Goldi. Die hat mir das gesagt. Er hat nämlich beim Leveln was herausgefunden, dass du automatisch immer, dass du die Tasten nicht drücken musst, ne? Ich habe ja gesagt, mach dann einen Pfennig rein, ein Cent-Stück oder sowas. Oder halt, du gehst auf andere Monitore, wenn du mehrere Monitore hast. Und man kann jetzt auch mit dem Auto die ganze Zeit fahren, ohne dass du drücken musst. Normalerweise musst du ja immer W drücken, ne? Zum Vorwärtsfahren. Hier, W drücken. Musst du ja normalerweise. Und richtig und wichtig wäre es doch dennoch, diesbezüglich, bezüglich dies zu argumentieren. So, und du kannst dann natürlich nicht lenken, aber wenn ich jetzt, ähm, W drücke und dann auf T. So. Auf T. Und jetzt hier, ich hier, meine Hände. Also der gibt voll Gas, Alter. Ich mache jetzt mal gar nichts zum zeigen halt. Guck mal, der gibt immer noch Gas. Seht ihr das? Das ist so bescheuert, ne? Also es ist halt ein kleiner Insider-Trick. Vielleicht hilft es euch ja einfach weiter. Wisst ihr, wie ich mein? Moin Mustang, auch da. So, jetzt wieder Musik anmachen. Und, äh, jetzt mache ich mir den Wagen mal eben weg. Destroy-Vehikel. Ähm, und dann müsst ihr die Nummer da eingeben. Äh, äh, ups. So. Jetzt ist das Ding wieder weg. Wir haben den Server wieder sauber gemacht. Der Zombie braucht gar nicht grinsen. Du kriegst trotzdem eins zwischen die Hörner. So, und dann gehen wir mal weiter zur Schatztruhe. Denn da unten ist ja die Schatzkammer quasi von diesem Standort, ne? So, während ich laufe, mache ich immer Pipi, Pupu, Check. Und kontrolliere, ob ich Pipi oder Pupu muss. Ansonsten, wenn ich laufe, nehme ich das Gewehr immer auf die Schulter. Wenn ich das jetzt nach vorne nehme, dann läuft der mal langsamer. Wissst ihr mal gucken. Das fällt schon, das merkt man selber. Wenn du selber läufst, merkst du, dass das so langsamer wirst. Wenn du eine Waffe die ganze Zeit in der Hand hast. Deswegen, wenn ich laufe oder so, oder wenn ihr wegrennt vor anderen Spielern, immer schnell die Pistole, oder sie die Waffe weglegen. Mit Pistole ist besser. Also mit Pistole, da läuft er trotzdem schnell und ihr könnt schießen. Ja, also wenn ihr auf der Flucht seid, nehmt die Pistole. Hier ist der köstliche Ort. Hier gibt es auch immer ganz viel Minen jetzt, ne? Babbeldi, 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 bab. Im Übrigen auch diese Dinger hier. Das darfst du echt nicht unterschätzen. Hier sind ganz oft die Dinger drin. Also wenn ihr so ein, hier so eine Nachtsichtbrille haben wollt. Da müsst ihr immer in diese Container reingucken. Da ist mega viel Zeugs drin. Habe ich Schmerztabletten? Ne, komm mal her, hier. So. Also dieser Raum, der ist schon geil. Man sieht's. Ja, zum Server an sich, wie gesagt, unser neues Konzept ist richtig genial. Müsstest du es mal ausprobieren. Ähm, der Server erholt sich auch langsam. Wir waren ja mega weit abgestürzt, Alter. Aber das ist halt so. Wenn du, ich kann mich auch nicht um alles kümmern, Leute. Ich bin hier alleine und irgendwann ist es schwierig, ne? Also man kommt da manchmal gar nicht gegen die ganzen Bugs an. Ich mein, was soll ich sagen? Äh, diese Firma Gamespires von dem, also die Skumentwickler, die sind das schon ewig am Machen und haben trotzdem immer wieder Bugs und irgendwie so eine Scheiße, weißt du? Oh, ich hab gar keine Dreher, Alter. Ja, und ich hab dann auch viele Sachen, die ich dann hier korrigieren und ausprobieren muss, weil ich, ähm, hab keine Angst, irgendwas Neues auszuprobieren. Aber man muss ja erstmal durchsteigen und das selber lernen. Ich hab ja keinen, der mir irgendwie alles beibringt oder so. Ich bring mir ja mal alles selber bei, wisst ihr? Und das geht halt Stück für Stück. Ja, jetzt arbeite ich jetzt die nächste Zeit an den, äh, an meiner Webseite nochmal ein bisschen, dass das da alles schick ist, dass hier alle Informationen, was hier so passiert, ne, nicht nur bei uns im Discord kriegt, sondern auch auf meiner Webseite so richtig schön übersichtlich, sodass wir ein gesamtes schönes Bild nach außen hier haben. Und dann, äh, ja, hoffe ich, dass die Leute, dass den Leuten das gefällt. Ja, ich mach das ja nicht nur für mich, sondern für uns alle, damit jeder hier Bock hat zu daddeln, ne? Wie gesagt, alles geht, niemand muss. Ich hasse Zwänge und irgendwelche Zwangssachen und so weiter und so fort. Ich bin ein Kind der Freiheit. Naja, deswegen, ähm, ist das hier wirklich so, dass ihr hier ohne Passwort oder ohne Bewerbung könnt ihr bei uns auf dem Server spielen. Ist ja ganz klar, doppelklick, kommt ja rauf. Und alles andere ist optional, ne? Ihr müsst das nicht machen, aber ihr könnt dran teilnehmen, an der Registratur, an dieses automatische System. Ähm, da müsst ihr euch, wie gesagt, nur registrieren dann. Weil das System weiß ja gar nicht, dass das jetzt deine Spielfigur ist, ne? Deswegen drückst du auf Registrieren, der Bot schreibt dich an. Ein Ausrufungszeichen, Welcomespack, ein Willkommenspaket. Also die Zeile musst du kopieren. Und die bretterst du denn hier rein. So sieht das denn aus. Welcomespack oder so. Und dann sind da ganz viele Nummern. Irgendwie so sieht das Ding aus. Das kopierst du hier einfach rein. Und drückst Enter. Und dann erkennt dich das System. Der begrüßt dich und du kriegst tatsächlich noch ein Geschenk hier. Für jeden, der hier neu ist, der kriegt jetzt auch irgendwie ein Geschenk da am Anfang. Und dann weißt du, ab jetzt habe ich ein Schwarzgeldkonto. Und dann sammelst du pro Minute einen Coin Schwarzgeld quasi. Also in einer Stunde Spielzeit hast du 60 Coins. Und ich glaube, ab 50 Coins kannst du schon bei uns in den illegalen Shops irgendwas, äh, kannst du dir da kaufen, ne? Und das ist egal, wo du bist, Digga. Das ist egal, wo du bist. Ich kann es euch nochmal zeigen, Leute. Ich gehe jetzt hier. Äh, Waffenshop Level. Level, na, warte mal. Wir machen mal, wir machen mal Quatsch. Ich gehe mal auf Level 4. Level 4. Im Level 4 gibt es auch einen Autoshop. Da kannst du dir ein Auto kaufen. Egal, wo du bist. Wie geil ist das denn, Leute? Überleg doch mal. Das ist so ein geiles System, ey. Ich bestelle mir mal Zombies, tatsächlich. Warte, ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Kann ich das zeigen oder ist das hier irgendwie problematisch? Hier. Äh, ich hänge hier immer an den Monitoren so blöde fest, ne? Hupsala. Habe ich gesagt, du sollst dich da irgendwo festknallen? Ein doofes Programm. Also guck mal, wir sind jetzt hier Level 4, ne? Level 4 Waffenshop. Und hier kannst du für 50 Coins, Schwarzgeld, die du automatisch gratis im Spiel sammelst. Sobald du dich registriert hast. Kannst du dir jetzt Zombies als, als, als Witz oder als Waffe kannst du es auch bestellen. Hier gibt es auch eine Spritze. Äh, bei Zombies. Babs. Babs. So, das ist die Bestellung. Und jetzt kommen hier gleich Zombies. Ich hab mir ja Zombies bestellt. Ich muss aufpassen. Und links steht jetzt, äh, meine Bestellung wird erkannt und wird hierher geliefert. Siehst du das? Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommen gleich irgendwelche Zombies. Da sind sie schon. Yes, sir. Yes, sir. Also, ist doch geil, oder? Das heißt, du kannst deine Leute quasi ärgern mit so einer Zombie-Horde hier. Aber ihr müsst daran denken, das kann schon gemein sein, ne? Wie gesagt, es sind ja die stärksten Zombies hier. Seht ihr das? Diese militärischen Amori-Dinger sind die stärksten Zombies hier irgendwie im Spiel. Und die sind extrem, also die haben viel Schaden, wenn die euch hauen oder sowas, ne? Also, da kann man Scheiße mitmachen. Ja, und ich wollte das im Video nochmal zeigen. Bitte denkt da nicht, dass das irgendwie ein Admin macht und euch ärgert oder sowas. Sowas gibt's hier nicht. Es gibt hier keine Admins, die irgendwie die Spieler belästigen. Es gibt hier keine Admins, die die Spieler ausschimpfen. Ja, ich mag sowas nämlich nicht. Die ganze Zeit die Spieler beobachten und ausschimpfen, wie die zu spielen haben. Bei mir herrscht Freiheit, liebe Leute. Das System ist komplett automatisch. Und das war gerade meine Spielfigur. Ihr habt's gesehen, ich hab kein Kommando eingegeben. Ne? Das war eine offizielle Bestellung aus dem illegalen Shop. Deswegen ist er ja illegal. Und da kannst du lustige Sachen machen. Zum Beispiel die Leute ärgern beim Händler. Ne? Weil beim Händler kann dir keiner was. Wir gucken nochmal auf der Karte. Die Händler sind ja diese hier. Und Wolfi hat dir die Leute schon geärgert. Und einfach beim Händler diese Zombies gespawnt. Ne? Und alle gucken, ne? Hä? Wo kommen die denn auf einmal her? Also, da könnt ihr ja mal ein bisschen testen. Ich sage das deswegen, weil das hier ist eine Safe Zone. Das hier ist eine PvE-Zone. Das gibt da einen Unterschied. Wisst ihr? Na ja, PvE... Also, PvE-Zone, alles ohne Farbe. Das heißt, ihr könnt da sterben. Ihr könnt Schaden haben teilweise. Ja, logisch, ne? Aber eine Safe Zone, wo ihr sicher seid, das sind wirklich nur diese Händler. Diese blauen Kreise. Also, da nochmal bitte den Unterschied, damit ihr Bescheid wisst, ne? Weil manche sagen immer, hier Safe Zone. Aber es ist eigentlich eine PvE-Zone. Versteht ihr? Und die Safe Zone ist hier. Weil da kannst du vor einem Monster stehen. Und das haut die ganze Zeit auf dich ein. Interessiert nicht. Du bist da auch quasi unbesiegbar. Du kriegst keinen Schaden da. Ja? Aber hier, da hauen die dich zu Brei. Ne? Also, man kann damit Scheiße bauen. Ihr könnt also eure Leute ein bisschen ärgern. Du kannst aber auch das Ding als Waffe benutzen. Wenn du vor jemandem wegläufst oder sowas, dann bestellst du dir eben die Horde Zombies. Und dann läufst du weg. Du musst bloß daran denken, dass die dich selber auch angreifen können. Ist ja klar, ne? Leute, ihr siehst sie. Und dann gibt es noch den Klamotten-Shop. Wo du die Danny-Trio-Weste bekommst. Die kriegst du sonst auch nicht im Spiel. Oder halt diese Spritze. Die Spritzen zu kriegen ist schwierig. Durch die Spritze muss ich auch nochmal kurz sagen. Ich bestelle mal eben kurz eine. So, ich drücke mal drauf. Die kostet 500 Schwarzgeld. Das ist eine ganze Menge. So, ich bin jetzt hier. Ich bin schwer verletzt. Ich brauche jetzt sofort eine Spritze. Das Geile bei diesen Spritzen ist... So, siehst du ja, hat meine Bestellung erkannt. Das Geile bei diesen Spritzen ist, du kannst deine Leute wiederbeleben, Leute. Ich weiß nicht. Wusstet ihr das? Du kannst mit dieser Spritze deine Leute wiederbeleben. Das heißt, wenn neben dir einer umfällt. Da ist sie schon. Guck mal, jetzt habe ich die Spritze gekauft. Auf 500 Schwarzgeld sind jetzt von meinem Konto automatisch abgezogen. Ihr könnt unter der Anmeldung in Discord, auf Accountinfo, könnt ihr immer euren Kontostand sehen. Okay? Und ihr macht Geld auch immer durch Nichtstun, also durch Spielen. Und ihr kriegt gratis immer einen Haufen Geld dazu, wenn ihr PvP macht. Ich habe mich ja hingesetzt und für alle PvPler dieses Konzept überarbeitet. Und wir haben jetzt auch mehrere Events, die immer PvP-Events immer in diesem roten Bereich sind. Also ich muss das heute mal wieder erklären, weil ich habe so viel neues hier Zeug reingemacht. Ich kann da nicht normal spielen. Das geht nicht, weil ich muss euch das alles erzählen, weil es ist alles neu. Für mich ja genauso. Nur ich will wissen, dass ihr quasi das verstanden habt, wie das System jetzt funktioniert. Weil das ist wirklich alles anders. Probiert es mal aus als PvPler jetzt. Ich höre ja immer wieder, PvPler, die wandern ab, weil sie irgendwie keinen Bock hier haben oder sowas. Ich habe viel für die PvEler in letzter Zeit gemacht, muss ich zugeben. Und jetzt konzentriere ich mich aber auf die PvPler. Und ihr werdet sehen, das ist ein richtig geiles System. Wir haben hier mehrere Events, die automatisch gestartet werden. Wie zum Beispiel hier sogar beim Fischbahnhof. Ich glaube, das ist hier unten oder so. Oder das Ding hier. Ich glaube, das ist der Fischbahnhof, oder? Hier oder da, irgendwo hier. Ich glaube, das ist da. Selbst da sind PvE-Events. Oder hier im Kraftwerk ist PvE-Events. Also der macht das automatisch. Und da gibt es dann besondere Items, wenn du da hingeht. Ja, ist ja klar, PvP-Event heißt immer, alle Leute dahin locken, die Bock haben auf Kämpfen. Und dann gibt es extra Belohnung. Du kannst dir ein PvP-Set günstig bestellen, nur im Event. Oder halt, du kriegst Schwarzgeld. Wenn du jemanden ablandst, kriegst du, glaube ich, sogar 500 Schwarzgeld. Wenn du ein Kill machst, das ist schon viel. Du verlierst aber auch ein bisschen, wenn du stirbst. Aber nicht viel. Also gerade zu Anfang habe ich das da so eingestellt, dass die Balance ist, dass es alles noch zum Lernen erstmal einfach ist. Da will ich die Strafen und so nicht zu hoch machen oder sowas. Denn das Ziel ist ja, dass wir hier Spaß haben. Das Ziel ist, dass du PvP machen kannst. Deswegen habe ich ja auch diesen PvP-Pack installiert hier, wo du automatisch komplette Ausrüstung kriegst, Leute. Ich kann das nur so wiedergeben. Also das ist richtig geil. Den PvP gibt es auf Level 3. Da gucke ich jetzt mal eben kurz hin. Level 3. Level 3 Waffenshop. So, ich bestelle mal eben das PvP-Shop für 500 Coins. Das ist in Ordnung, würde ich sagen, oder? So, pass auf. Ich habe jetzt für 500 Coins mein PvP-Set bestellt, weil ich will jetzt einfach, ich habe keine Klamotten, gar nichts. Und ich will jetzt einfach PvP. Ich bin neu auf dem Server und ich will nur PvP quasi. Ja, dann ist das halt richtig geil, wenn man dann so quasi so ein Set irgendwie kriegt. Ja, was dir zur Verfügung gestellt wird, um direkt loslegen zu können. Denn du hast ja alles drin in diesem Paket, wie ich ja erst schon auf dem Bild gezeigt habe, um vernünftige Symptome einladen zu können in dem PvP-Zonenbereich. Also mein Kaffee ist schon wieder komplett kalt, ich weiß auch nicht. So, habe ich jetzt bestellt gedrückt oder habe ich nicht gedrückt gehabt? Achso, ich wollte es noch mit Dings hier machen. Da kriegst du dann ein Ghillie, ein Komplett-Einzug Ghillie MK18 mit voller Munition und zwei Scopes dabei. Äh, von wegen, äh, wie sagt man, äh, für Nah- und Fernkampf, ne? Bei den Scopes kannst du dir dann aussuchen, was du da irgendwie haben willst. Also das ist schon richtig genial. Ähm, und wie gesagt, das kann mal sein, dass da mal Items zukommen, so Sets oder so, oder halt ich, ich halt wegmache, je nachdem, ob ich dazu komme, ne? Im Moment reicht mir das jetzt so mit den Sets. Ich werde da jetzt erstmal das so lassen und das durch die Spieler das dann so alles mal ausprobieren können, wie geil das System halt an sich ist. Äh, und ich konzentriere mich im Moment dann wieder auf die Webseite von mir, die ja auch nagelneu ist, die ich neu, ähm, äh, neu machen muss. Ähm, ich habe auch einen neuen Kanal auf Level-1-Ebene, habe ich auch ganz viel hinzugefügt, das muss ich auch nochmal eben kurz sagen. Da ist jetzt, ähm, dieser Event, äh, dieser Event-Bereich. Wenn ihr da raufklickt, dann seht ihr genau, wo halt aktuell ein Event ist und kriegt die Information darüber. Aber oben links in Discord steht das auch immer noch eingeblendet, ne? Und da seht ihr dann auch die, ich glaube, Waffenpakete, die man dann kaufen kann im Event irgendwie. Müssen wir mal alles nochmal ausprobieren. Und das ist halt so sehr günstig, weil das Ziel ist PvP, dass die Leute ballern können. Mehr ist gar nicht. Wir wollen Action hier haben und das geht nicht, wenn du komplett immer geblankt wärst und kaputt gehst. Na, das ist ja normal was, Scrum, sodass du alles verlierst, Digga. Und dann musst du wieder zwei Wochen suchen, damit du dann wieder fünf Minuten PvP haben kannst. Das wird es bei mir jetzt so nicht mehr geben. Oh, Digga, ich mach schon wieder so ein ewig langes Video. Das ist nicht normal hier. Aber ich konzip... Ey, da ist ein Schraubendreher. Genau, den würde ich haben. Das ist so viel Neues hier. Deswegen bin ich ganz aufgeregt und ich muss es euch halt immer wieder erklären. Damit ihr da Bescheid wisst, dass, wie gesagt, das komplette System ist alles komplett neu. Und es ist mega. Müsst ihr mal selber ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr in Discord kommen, ne? Und, ähm, wie ihr Levelzugangs kriegt, das wisst ihr auch. Ihr müsst dann den Discord mit YouTube und Twitch verknüpfen. Ähm, und dann mit, ähm, das System erkennt euch dann automatisch, welchen Level ihr habt. Also, wenn ihr zum Beispiel jemanden Sub auf Twitch gebt, dann bist du automatisch Level 3. Na, mit Level 3 kannst du genau das Ding kannst du dir holen, was ich jetzt gerade hier bekommen hab. Ihr habt jetzt gesehen, das System braucht manchmal. Das arbeitet sehr viel. Das muss die ganze Zeit alle Minen überwachen. Das muss die Spieler... Also, versteht ihr, wie ich mein? Das System kann auch mal ein bisschen länger brauchen. Also, da nicht erschrecken oder sowas. Ihr habt's gesehen, diese Order-Nummer von mir. Das hat ein bisschen gedauert, weil der hat irgendwas mit anderen Spielern gemacht oder sowas. Updates gefahren und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr im freien Raum sein quasi, dass das Zeug nicht in der Wand irgendwo drin ist oder so. Sonst habt ihr Pech gehabt, ne? Also Rückerstattung und so gibt's das nicht. Das ist das PvP-Set, so wie ich's gesagt hab. Also richtig geil. Ihr seht auch, dass hier, dass es ein schweinegeiles Set ist, ne? Das ist alles quasi für PvP so ausgerichtet, dass die Magazine schon alle voll sind und so. So sieht's denn aus. Fernkam, fast gleich ein bisschen Zoom. Oder du kannst auch... Also, wenn du das jetzt hier da nimmst, ne? Und dann hier auf 3. Und wenn du jetzt irgendwie 3 drückst, dann funktioniert gar nix. Aber du kannst es auf jeden Fall irgendwie wechseln. Ich weiß es aber. Muss ich wie gesagt. Also, ich sag ja, das Spiel ist so kompliziert teilweise, ne? Aber das funktioniert... Also, man kann das schon wechseln, bloß... Äh, du musst, glaub ich, irgendwie... Warte mal, so war das, ne? 7. Und jetzt 3, ne? Hab ich das auf 3 gezogen? Ja, der spackt hier nämlich gerade ab, so ein bisschen, ne? Ich mach das einfach... Hä, wie soll ich jetzt... Achso, das sind 2. Hier ist er. Der muss dahin. So, jetzt geht's 3. Also, du musst jetzt 3. Warte, ich muss mal raus. Jetzt 3. Also, im Zoom geht das nicht. Jetzt hat er abgemacht, siehst du? Und jetzt musst du zu dem zweiten 7. Jetzt hat er das drauf. Also, du musst es an- und ausziehen. Also, ne? Damit ihr wisst, so nochmal vernünftig gesagt, wie das jetzt geht, ne? Also, du brauchst nicht immer... Du brauchst nicht immer hier so abmachen und dann das andere raufschieben. Du kannst das mit diesem Schnellzugriff machen. Das funktioniert wunderbar. Du musst halt nur 2... Ähm... Scopes oder Ausrüstungsteile ranmachen. Du kannst da auch das Messer wechseln, hier. Den hier. Ich hab das im Video schon mal gezeigt, nur für alle Neulinge. Also, das... Du kannst hier vernünftig schnell arbeiten, ne? So, den haben wir drauf. Sieht doch geil aus, oder? Ich find die Waffe geil, ne? MK-18, richtig geil. Jetzt sehen wir uns aber, wenn ihr Bock habt, abends im Livestream wieder. Oder... Morgens im Video. Und dann... Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.